Hallo liebe Fußballfreunde, Thema 1. FC Kaiserslautern, 2. Bundesliga 2023-2024, 25 Spieltag, 1. FC Kaiserslautern gegen VfL Oserbrück, Ergebnis 3-2. Startelf, 1. FC Kaiserslautern, Kral, Zimär, Elferdi, Tomiak, Buschholz, Karl-Lock, Neuhaus, Obaku, Ritter, Redondo, Ache. Startelf, VfL Oserbrück. Kün, Antutusos, Diate, Beiman, Kleinanzel, Ganase, Wolf, Kunze, Kunzea, Ekelhard, Makufidis. Das war's von 1. FC Kaiserslautern gegen VfL Oserbrück, 3.57 Uhr.